Isolationsmessung Mit anderen Installationstester, wie ich es bin, können Isolationsfehler ausfindig gemacht werden. Für die Messung des Isolationswiderstandes stehen Ihnen verschiedene Installationstester zur Verfügung. Der Isolationswiderstand ist ein komplexer Widerstand. Er kann als Parallelschaltung von Werkwiderstand R und Kapazitivem Blindwiderstand XC beschrieben werden. Um den Einfluss der Leitungskapazitäten auszuschalten, werden die Messungen mit Gleichspannung ausgeführt. Die Adern eines Kabels oder einer Leitung wirken wie Kondensatorplatten. Die Isolation bildet das Dielektrikum. Wegen dieser Kondensatorwirkung fließt ein kapazitiver Strom. Bei der Messung des Isolationswiderstandes ist zu berücksichtigen, dass der Messwert erst bestimmt werden kann, wenn die Leitungskapazitäten geladen sind. Der Isolationswiderstand ist im Wesentlichen durch das Isolationsmaterial, die Leitungslängen und Leitungstypen abhängig. Er wird aber auch zum Beispiel durch Alterung, Feuchtigkeit oder Verschmutzung beeinflusst. Vor Beginn der Messung musst du die Anlage vom Netz trennen. Zuerst müssen die Außenleiter getrennt werden. Entfernen Sie dazu die Sicherungen oder trennen Sie den Stromkreis am Leitungsschutzschalter. Überprüfen Sie anschließend, ob die Anlage wirklich spannungsfrei ist. Wenn der Neutralleiter jetzt keinen Strom führt, kann als zweiter Schritt der Neutralleitertrenner geöffnet werden. Um den Isolationswiderstand zu messen, werden folgende in den Normen festgelegte Messungen durchgeführt. Für die Messung des Isolationswiderstandes wird die Messspannung in Abhängigkeit der Nennspannung des Stromkreises bestimmt. Üblicherweise mit 500 Volt Gleichspannung. Vor der Messung wird mit dem Installationstester ein Selbsttest durchgeführt. Schließen Sie dazu die Messleitungen kurz. Damit empfindliche Geräte durch die hohe Messspannung keinen Schaden nehmen, dürfen diese vom Netz getrennt werden. Dies betrifft Geräte mit elektronischen Bauteilen wie Heizsteuergeräte oder Geräte der Informations- und Kommunikationstechnologie. Um korrekte Ergebnisse zu erhalten, müssen feuchte Heizkörper, Panzerheizstäbe und dergleichen getrocknet werden, indem sie vor der Messung aufgeheizt, d.h. in Betrieb genommen werden. Die Isolationsmessung wird abschnittweise durchgeführt. Zuerst wird die gesamte Installation gemessen. Die Isolationsmessung muss auch jene Teile der Anlage umfassen, die durch Sperrschützen oder Schalter abgetrennt sind. Verbinden Sie den Neutralleiter und den Schutzleiter mit dem Installationstester. Um einen aussagekräftigen Messwert abzulesen, müssen Sie warten, bis sich der Messwert eingependelt hat. Messen Sie die Widerstände zwischen den drei Außenleitern und dem Schutzleiter erst dann, wenn Sie sichergestellt haben, dass der Isolationswert zwischen Neutralleiter und Schutzleiter genügend groß ist. Weisen auch die Außenleiter einen genügend großen Widerstand auf, werden die Messwerte protokolliert. Werden bei der Messung zu geringe Widerstandswerte festgestellt, liegt ein Fehler in der Isolation vor. Dieser muss innerhalb der gesamten Installation eingegrenzt werden. Dazu werden die einzelnen Teilstromkreise schrittweise vom Gesamtstromkreis getrennt und einzeln gemessen, bis der Isolationsfehler lokalisiert und behoben werden kann. Sind die Messungen abgeschlossen, kann die gesamte Anlage wieder ans Netz angeschlossen werden. Beim Anschließen der Anlage muss zuerst der Neutralleitertrenner geschlossen werden. Es muss sichergestellt werden, dass dieser zuverlässig verbindet. Anschließend werden die Außenleiter wieder angeschlossen, respektive die Sicherungen wieder eingesetzt. Vom Netz getrennte Geräte müssen wieder mit dem Netz verbunden werden. Wenn Sie zum Schluss die Funktionskontrolle der Anlage durchgeführt haben, ist diese wieder einsatzbereit. Moderne Installationstester können diese Messung mit unterschiedlichen Spannungen durchführen. Es wird mit einer geringen Spannung angefangen, damit durch den Messstrom keine Schäden infolge einer defekten Isolation entstehen. Die Spannung wird erst erhöht, wenn keine defekten Isolationen gefunden werden. Mit der Isolationsmessung hast du sichergestellt, dass keine Defekte in der Isolation einer Installation vorliegen. 9 10 10 14 15 16 15 16 Untertitelung des ZDF, 2020